Woran merkt ihr eigentlich am meisten, dass ihr altert? Ich habe jetzt bei mir das erste graue Haar entdeckt. Ja, ich habe es verstanden. Das ist bei mir das erste graue Haar entdeckt. Ich muss sagen, Alterungssymptome kann ich bei mir nicht konstatieren. Also ich fühle mich eigentlich zunehmend fitter, werde glaube ich auch realistischer und ich fühle mich eigentlich sogar jünger. Ich habe glaube ich wirklich diesen Benjamin-Button-Effekt. Ja, also so, ja, gerade hier zwischen euch.